Und ein herzlich Willkommen zu Don't Starve. Wir sind Kacke. Was brauchen wir jetzt? Äh, alles Mögliche. Ja, definiere. Alles. Du brauchst ja wirklich alles. Ja, auf was soll ich mich konzentrieren? Äh, Heu können wir zum Beispiel gebrauchen. Heu, Stein und Kacke. Können wir mehr Farben machen. Mehr Farben, mehr Essen. Ich versuch mal, das Spinnennest anzudocken. Heu, Stein und Kacke. Da ist eine Spinne. Komm her. Komm her. Ja, jetzt müsst ihr auch zu zweit kommen. Ihr komischen Typ. Also, ich hab wieder ein Spinnennetz. Ich hab jetzt zwei Stück. Äh, rechts oben sind auch viele von diesen Spinnennetzen, ne? Äh, von den Taplinks. Um deine Zweige zu kriegen. Um deine... Okay. So, zwei Spinnennetze. Kann ich daraus ein Vogelnetz machen? Nein, mir fehlen... Vier Stück brauchen wir dafür. Otsch. Ähm, was könnte ich dann noch machen? Ich könnte die Bäume abfackeln. Die sind aber nicht groß genug. Das ist auch nicht gewachsen. Ich mach mal wieder eine Spitzhacke und nimm ein bisschen Erde mit. Damit wir was zum Verbrennen haben. Okay, ich geh jetzt... Ich geh jetzt Heu sammeln. Okay. Ich bereite schon mal vor, dass wir was für die Nacht haben. Ja, dass wir die Nacht auch mit Feuer überstehen. So, zehn. Nimm mal die Achsen in der Hand, sonst gräbt er alles aus. Ja. So, da, Heu. 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 Ahoi. Ha, ha, ha. Wenn du links von unserem Lager gehst, da war extrem viel Heu. Das solltest du nächstes Mal wissen. Ich hab auch unter unserem Lager Heu angebaut, aber... Okay, dann geh ich wieder Steine hacken, okay? Ja. Steine kann man nie genug haben. Jetzt hab ich zwar noch die zwei Forks, aber ich vergesse die immer mitzunehmen. Ach, da haben wir auch noch Dung. Gut zu wissen. Da haben wir noch Pints. Da kommt erstmal das Feuerzeug rein. Oh, wir haben uns eine Wackel. Wir zünden diesen schönen Wald an. Ich hab Angst, über selber zu brennen. Komm schon. Ich zünde mich niemals mit selbst an, das ist so kacke. Oh. Der brennt ein bisschen mehr als er sollte, aber okay. Alles noch unter Kontrolle. Er hat nur ein paar Zepplings aus und angezündet. Aber ist kein Großbrand draus geworden. Eine Kohle. Zwei Kohlen. Drei Kohlen. Das war jetzt nicht geplant. Ich guck mal, ob wir gleich einen Koch-Pott herstellen können. Mist. Jetzt haben wir einen blöden Zeppling da. Blöder Zeppling. Hat da nichts zu sein. Oh, Asche. Was kann man mit Asche machen? Ich hab keine Ahnung. Bestimmt irgendwas. Ähm. Survival. Ich hab dran wundern, was da auf mich zugerannt kommt. Das bist aber nur du. Steine hast du gefunden, sagst du? Ähm. Ja. Lass mal gucken, wie viele zwölf. Ähm. Könntest du da kurz weggehen? Oh, da geht schon. Ich wollte nur den Stack der Steine, die dahinter sind, haben. Ich mach's mal kurz Monster mit raus. Und. Wo ist er jetzt? Wo ist es? Kuck. Ja, Lover is need food. Lover is rien, kein food. Oh, es wird wieder dunkel. Dunkel, gemunkel. Zack, da rein. Die Kacke können wir mitnehmen. Oh, der ist voll die Kacke am Dampfen. Ah, du hast sogar Steine noch da reingeschmissen. Ach, jetzt machen wir den Laden. Ich schmeiß mal einen Hasen da rein. Ja, ich hab nur einen Hasen, sonst nix. Okay, dann packe ich das da rein. Und das da. Und Monster Meat, was meinst du? Ja, ne? Jo, mach mal. Was weg ist, ist weg. Und dann gibt's zwei Fleisch. Vielleicht gibt das ein bisschen mehr. Meine Blumenkrone ist fast weg. Ja, meine auch. Was fehlt mir dafür? Hast du noch Heu? Äh, ja. Zwei Stücke, ich könnte eine Farm hinsetzen. Okay, ähm. Haben Hunger? Äh, ziemlich, ja. Dann nimm mal du die Meatballs hier. Moment. Nicht Moment, nimm's. Sie liegt auf dem Boden. Ja, ist schon gut. Ich konnte ja nicht das gute Essen auf dem Boden liegen lassen. Dann eine Farm. Bauen wir noch eine. Also es bringt nichts, wenn man zwei Fleisch reinmacht. Da Fleisch unglaublich viel Herz zurückgibt, würde ich davon abraten, es mit anderen Sachen zu sein. Ja, wusste ich ja nicht. Ja, ist okay. Vor allem wussten wir es ja nicht. Naja, viel Health gibt dir nicht zurück, aber einiges. Nicht Health, aber gesund, ähm, Dings. Nahrung. Food, genau. Gut zu wissen. Also gut zu wissen, dass du es. Bisschen mehr Health könnte ich gebrauchen. Ich bin ziemlich angekratzt. Und wir haben bald Nacht 10, ne? Du weißt, Nacht 10. Ja. So, das, 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 das. Und ein Stück Fleisch, haben wir noch ein Stück Fleisch? Na, doch, haben wir. So. Kuk. So, da ist auch noch ein paar Samen. Ähm, wir wollten einen Bumerang herstellen, ne? Wegen dem blöden Vogel. Ja. Ich weiß gar nicht mal, ob es man dafür braucht. Meatballs. Wieso kann man das machen? Wieso kann man einen Pilz verbrennen? Wieso kann ich einen Pilz ins Feuer legen? Weiß ich nicht. Schwachsinn. Ob ich noch irgendwas, das ich ablegen kann? Pine-Dinger. Hm. Gut. Was brauchen wir? Hast du eine Idee? Ähm. Ich könnte ein paar Dings. Spinnenseiden brauchen. Dann kann man tolle Sachen machen. Ja, stimmt. Ich habe auch zwei Stücke. Ich komme mehr mit. Zum Zweite ist es einfacher. Äh, zieh die mal vom Laden runter, da. Hammer am Tisch. Ey, auf damit. Wollte nur einmal, schon. Deutschen. Äh, ich guck gerade auf die Karte. Ich sehe sonst keine. Siehst du irgendwo auf die Karte noch welche Spinnendinger? Ziemlich weit links ist noch eins. Moment, ich such's mal. Irgendwo war da noch eins. Ja, komm mit. Äh, ich bin schon höher. Ja. Den Samen nehme ich mal kurz mit. Kanischern. Weil ich habe drei Stück. Mit einem mehr könnten wir Vogelfalle bauen. Hätten dann wieder Fleisch. Fleisch. Meinst du, du auf dem richtigen Weg gehen? Einfach nur links. Oh, krass. Oh, kacka. Oh, kacka. Oh, kacka. Einfach nur links. Wir kommen ziemlich weit vom Kurs ab. Du musst aufpassen, wenn es ein größeres Netz ist, da kommen auch Elite-Spinnen raus, ne? Elite-Spinnen. Hört, hört. Die sind gelb. Oh, sie sind gelb. Hört, hört. Willst du mich verarschen? Ich schlag gleich auf dich, ey. Ey, das ist ein größeres Netz noch. Na dann machen wir mal ein paar Elite-Spinnen kaputt. Die gelb sind. Hört, hört. Du wolltest es nicht hören. Du wolltest es nicht hören. Wie geht's dein Leben? Naja, das ist noch relativ gut. Aber nicht mehr lange, wenn diese Spinnenblatt mal kaputt geht. Du hast ziemlich Quappmann immer noch das eine Dings Spinnnetze, die ich hier eingesammelt habe. Hast du auch das Monster-Meet? Ja, hab ich auch. Dann kriegst du es auch. Vielleicht hab ich voll wenig nur eingesammelt. Und wir könnten, ich könnten vielleicht so ein Heilungsding herstellen nachher. Es gibt auch eine Heilsalbe. Ich würde nicht in die Nähe gehen, da kommen sonst wieder Elite-Viecher raus. Und ich glaube, ich habe genügend Elite jetzt gerade für heute. Ich gehe mal wieder zurück zum Lager. Und nehme ganz viel Gras mit, weil ich bin so grasdüchtig. Und ich bin verhungern. Was machst du denn mit dem Gras? Äh, die Farm. Ach, dafür braucht man auch Gras. Ja. Stein, Gras und Kacke. Okay. Deswegen nehme ich das hier immer mit. Denn wir brauchen Stein, Gras und Kacke. Und es regnet. Und ich habe Angst. Ich habe dermaßen Angst. Wir müssen doch genügend Gold haben, um Blitzerbleib zu bauen, oder? Ja, ich habe ihn aber nicht gefunden. Deswegen konnte ich den nicht bauen. Also ich habe ihn nicht gefunden irgendwo in der Winter. Und ich soll mal eine Alchemie-Engine bauen. Das wird sonst nichts hier. Ich habe noch einen Hasen im Kochtopf gehabt. Hast du ihn gegessen? Ja, kann wirklich sein. Aber wenn du ein Teil reinfüllst, kannst du das Ding starten. Achso? Du hast doch Berries gefunden vorhin. Deswegen ganz noch vorbei. Oh oh. Äh, ich will mal was ausprobieren. Ich habe Berries. Sonst schmeiß ich mal Monster Meat rein. Dann kann ich mir was mit Berries und Monster Meat kochen. Ist schon drin? Monster Meat ist drin. Ich brauche nur eine Frucht. Okay, ich habe Berries. Ja, deswegen wollte ich, dass du die reinpackst. Weil ich habe gerade, sind hier die Dinger fertig geworden. Ich weiß nicht, ob das gut ist, aber nimm mal deinen Sperr außer Hand. Nicht, dass der Blitz deswegen einschlägt. Der hat eine Steinspitze. Das ist ein Spiel. Äh, hörst du das auch, dieses Knurren? Nein. Dann haben wir gleich ein Problem. Ich weiß, was das Knurren ist. Das hatten wir schon mal. Äh, hast du noch Berries? Ja. Ich weiß rein, ein paar. Zwei maximal. Och man, ich will es nicht essen. Ich wollte es da reinpacken. Dass du die Scheiße immer frissen musst. Das ist doch echt lächerlich. Lächerlich. Ich becher mich weg. Aber raus, was in deinen Fässern steckt. Ich habe noch einen Pilz. Pack in die Pille. Äh, nehmen es mir nicht vor. Oh, wir haben zwei Meatballs. Hast du noch Barries? Hast du noch Barries? Ähm, nein. Hast du Stone übrig gelassen? Hast du alles verbaut? Ich habe alles in dein Inventar. Gib mal was her. Äh, nein. Weil, falls du es gerade gelesen hast, da kommt was auf den Zug. Ja, aber ich hätte trotzdem gerne eine Alchemy Engine. Ja, sofort. Oder du brauchst mir einfach eine. Dann schmeiße ich dir das Gold rüber. Ich habe es dir da reingeschmissen. In der Kiste linken. Der rechten. Was wollte ich jetzt machen? Du hast mich aus dem Konzept gebracht. Genau das dann wirklich. Did you hear that? Nein. You heard nie was. Es kommt, es kommt, es kommt, es kommt, es kommt. War das alles? War der andere Kampf nicht mehr? Nein. Deine Holzrüstung ist weg. Ja, wie gesagt, ich brauche Holz. Hast du überhaupt irgendwas? Ich hatte, aber ich habe nicht mehr genügend. Lichtholz. Danke. Also habe ich das ziemlich oft in irgendwelche Kisten gepackt, weil du es gebraucht hast und so weiter. Als nö. Als habe ich nie genommen. Rope, Rope ist in einer Kisten liegen. Ja, rechts. Rechte Kiste. Ich bin extra davon weggegangen. Genau. Stein hatten wir noch über irgendwas? Oder hast du alles missbraucht? Habe ich gerade alles im Inventar. Ich versuche gerade noch eine Alchemy Engine zu machen, aber dafür brauche ich wahrscheinlich auch noch mehr Holz. Lass mal sehen. Das ist ja nicht schlimm. Ich frage nur wegen... Alchemy Engine, vier Bretter. Ich habe eins. Eins, zwei. Mehr brauche ich noch. Ich habe mir noch eine Farm aufgestellt. Aber wir haben ja unseren eigenen Wald. Ja. Das stimmt. Aber siehst du, die Tiere kommen auch unterschiedlich. Bei uns war es jetzt ein Zehn zweimal und jetzt sind es schon bei acht da. Ich hack mal mit Holz. Da hacken wir Holz. Oh, da ist jemand die Axt kaputt gegangen. Wie viel braucht man für die Kulture? Healing Solve brauchen wir Asche. Asche, wir können ein Heilungsding machen. Wie sieht dein Leben aus? Nicht gut, einen würzig. Gut, soll ich mal so eine Heilsalbe machen für uns? Jeweils eine? Ja. Wir haben genügend von diesem Spider Giant. Pflanzt du Neubäume an, nachdem du welche gehackt hast? Noch nicht. Ich habe nur zwei Stück oder so gehackt. Okay. Ja, nur dann habe ich gleich die Pine Cones wieder draußen. Viel heilen tut sie nicht. By the way. Ich versuche es dir gerade zu geben. Aber ich... Ja, Flack hat immer... Versuch du mal. Ich weiß nicht, wie viel das hält. Kannst du mal ausprobieren. Vorher gucken, nachher. 41. 61. 20. Oh, ist das schon mal besser als gar nichts. Dafür müssen wir die Spinnen töten. Stein, Spinne und Asche brauchen wir dafür. Braucht noch ein Holz. Äh, Axt. Ach, Axt, ich schaufe. Ja. Geh weg. Ich versuche gerade nicht, dein Zeug aufzuheben. Ah, macht ihr gerade die Locked Suit wieder? Ah, hast du schon. Die habe ich schon. Ich mache gerade eine... Dings, eine Science Engine. Ah, Eichmeer Engine. Genau. Ah, okay. Klingt gut. So, Laser Axt. Machen wir Kleinholz aus euch. Kleinholz. Uh. Hacke, 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 Hacke. Was brauchen wir eigentlich so viel Holz? Naja. Für Locksuits, ne? Ach, was ich gucken wollte, war ja der Altes Schrank, der wird unsere Lebensmittelänge halten. Ähm, kannst du was zu Essen machen? Was ist Mino? Mino? Heal your Mino Wounds. Ich habe keine Ahnung, was du gesagt hast. M-I-N-O-S. Heals Mino Wounds. Heal, äh, heil kleinere Wunden. Was wolltest du gerade nochmal wissen? Essen, auch Essen. Monstern. In der Kiste war noch was. Ah, Meatballs, sind noch zwei Stück drin, sehr gut. Icebox, boah, ich brauche ein Geer. Jetzt nicht mehr. Hast du noch zwei Gold Nuggets? Ja, ich bin in der Kiste, sind ganz viele Gold Nuggets. Äh, dann müsstest du gleich mal bitte mit mir kommen, ich möchte also nicht alleine hin. Wo? Geil, wenn der Tag ist, dann Arsch. Mach mal nichts. Na komm mit. Komm mit, bitte. Was brauchen wir denn? Geer. Geer? Wo man Geer herkriegt, ja. Was ist Geer? Geer. Berg, der, so eine Art Metall. Ja. Da oben, die Pferde, die da stehen. Du weißt, dass mein Leben nicht so super ist? Immer, wenn die Angreifung ausweichen, halt. Ach, stirbt doch eigentlich. Da, aufheben und renn weg, renn weg. Das war, mehr wollte ich nicht. Dann können wir uns in den Eisschrank machen, erhält nur unsere Lebensmittel länger. Okay, jetzt bin ich aber wieder runter auf 43 Leben. 30, also hol nicht rum. Ich hab nur 30. Oh nein, ich hab leider doch hier. Okay, und wir sind vor der Nacht rausgekommen und ich seh schon Schatten, das ist schlecht. Mental bin ich absolut fit. Äh, 117 von, weiß ich nicht, 200 glaube ich. Mal 164, also das sollte vorerst keine Probleme geben. Doch, ich seh schon wieder Schatten. Äh, kannst du den Rest mal auch mal mitnehmen? Aha. Ich hab keinen Platz. Einen kann ich noch mitnehmen. Aber dann kann ich beide mitnehmen. Oder nicht. Oh, ich seh schon Schatten, das ist sowas von Mies. Ich muss den nächsten Tag mal Blumen pflücken. Oh, wir haben noch eine Erde. Das muss ich auch, ich hab kein Dings mehr. Keine Blumenkrone, ne? Ja. Ich hab dir aus dem Grad Holz gegeben. Ja, ich hab's gesehen. Ähm, wir haben so viel Monster Miet, da können wir alles reinpacken. Hast du zwei Ränder, nur eins? Denk dran, das Mietzeug ist ziemlich wichtig. Eins? Okay, gut. Ja, aber dafür kaum noch was, was wir damit reinmischen könnten. Ja, ich weiß, vielleicht kommen ja diese Bärenbüsche da irgendwo mal oder so. Ich könnte das Buch wiederherstellen, denk dran. Ja, lass mal. Noch nicht. Noch nicht. Was alles auf einmal wachsen lässt, weißt du noch. Ja, ich weiß. Du weißt doch mal, dieses eine. Äh, Gold hast du nen Ursache? Ja. Gold, boah. Essen, essensfertig? Also, der hat Ding gemacht, aber... Achso, nee, du. Oh, nein, komm schon. So, war einfach. Ich weiß noch, wie das ist das da. So, die Kiste, äh, die neben dem Feuer ist, ist dann unsere Feuerkiste, okay? Hier. Hier. Weil, da hält sich das Essen jetzt länger drin. Nehmen den Kochtopf ist jetzt die Kiste fürs Essen. Ja, ich seh's. Ich erkenne einen Kühlschrank, wenn ich ihn sehe. Keine Sorge. Du kennst doch auch keinen Kühlschrank, du kennst nur eine Eiswache und eine Pizza, wo du eine Pizza drin machst. Ne, na, Eiswache. Scheiße. Oh, wir haben sogar noch ein Geh über. Oh, oh. Und wir haben Steine über. Du hast nichts gesagt, wir hätten noch eine Farm setzen können. Nein. Du hast mir die ganze Zeit gerade noch Steine gehabt, dann hab ich gesagt, ich tue gleich wieder in die Kiste. Hallo? Ich hör dir nicht zu. Nicht darum. Offensichtlich. Ähm, Vogelsfalle können wir auch noch bauen. Wenn du möchtest, natürlich, wenn du keine Lust hast, dann den Baum. Bird Trap ist immer gut, aber ich muss morgen erstmal Blumen suchen. Und wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.